Oh, jetzt kommt was frommes. Nein, das ist Spaß. Ich habe jetzt fromme Sachen nicht vor. Ich mache heute eben das ganz schnell Desktop-OK mal zeigen. Das Programm heißt ganz lustig. Das heißt Desktop-OK. Ich kann jetzt hier in diesem Versuch, um ganz genau die unterste Tasleistenstelle mitzuzeigen. Ich weiß aber nicht, ob das hundertprozentig gelingt. Hier sitzt du gerade in die Taskleiste. Die mache ich mal hoffentlich sichtbar. Hier genau, das ist der Start-Button. So nennt man den, weil man da auch viel starten kann. Ganz besonders nämlich auch. Und eigentlich nur dieses hier. Dieses Start-Menü hier oben. Also hier in der Mitte. In diesem Start-Menü klicken wir an, um Desktop-OK jetzt zu machen zu suchen, kann man alle Apps klicken. Und da habe ich alle Apps an mich geschickt. Also da habe ich mehr da. Hier kannst du jetzt A klicken, dann hast du ganz viel. Und da kannst du D klicken, weil D ist Desktop-OK, ne? Und dieses kann man jetzt einmal anschauen. Das heißt, das Programm heißt Desktop-OK. Also O und K sind zwei Buchstaben nur. Desktop-OK. So, jetzt um etwas wieder herzustellen. Hier ganz besonders. Es geht nur um diese Icons hier. Es geht nur um den Platz, diese Icons, wo die sind. Und die Stelle. Windows-Hat sich das Ganze, ich kann es da noch merken. Hier fehlt da eine Datei. So, wieder Hersteller mitgeklickt. Und so geht es los und es funktioniert. Wenn man jetzt irgendwas ändern möchte, hier an dem Bildschirm, das kann man. Man kann hier Sachen ändern. Ich hatte hier schon mal andere Sachen. Dieses war weg. Dies war auch nicht da. Whatever, nur mal nicht da. Hier ist jetzt vielleicht noch ein Programm neu. Ja, weiß gar nicht welches. Habe ich jetzt vergessen welches. Das ist mein C++. Und das ist noch C++. Das ist Prolog. Das hier ist Python. Das ist MySQL. Das ist von Movies machen. Das ist Imp. Das ist Imp. Das ist Bait. Und Krita ist hier. Also, ich glaube, ich bin mal weiter. So. Ich suche mal hier was, ob ich was falsch gemacht habe. Hier. Hier ist Prolog. Das kann man auch woanders hin tun. Das ist noch mal was Besonderes. Das ist übrigens doppelt da. Ich gucke mal. Ich muss mal eben was gucken. Ich gucke mal, ob das hier so geht. Das ist was Besonderes, finde ich. Das mache ich mal hier hin. Und das macht es mal an, ob es funktioniert. Kann sein, dass es funktioniert noch gar nicht. Oh, jetzt kommen Sachen. Die muss ich jetzt nicht alle machen. Das Programm, ja, dann auch. Ich weiß nicht, aber es funktioniert, ne? So. Ich glaube, es funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wow. Hier ist was mit Beibeln. Schön. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.